Grüß euch Freunde, heute rauscht doch das Meer hinter uns, aber wir freuen uns schon wahnsinnig auf 8. Oktober, denn da sind wir auf der Kaiserwiesen in Wien. Ab 15 Uhr geht's los, im Wohnjahrszentrum. Wir freuen uns so richtig auf euch, Stimmung zu machen. Nachmittag raus in Wien bei der Kaiserwiesen. Bis bald, eure Murgelis!